Vor allem die Kinder in Syrien leiden unter diesem nicht enden wollenden Krieg. Lassen Sie uns zeigen, dass Sie nicht alleine sind. Dass wir an sie denken, dass Sie auch ein Recht haben, zur Schule zu gehen. Dass Sie Essen haben, was zu trinken. Das Einfachste. Helfen Sie mit dem Schal fürs Leben. Strickt den Schal selber, lasst ihn euch stricken, verschenkt ihn, lasst ihn euch schenken. Wenn ihr nicht stricken könnt, kann man den Schal auch schon fertig kaufen. Und 10 Euro von jedem Wollpaket oder jedem fertigen Schal gehen an syrische Flüchtlingskinder. Und wenn ihr keine Schals mögt oder gerade mal keinen Schal braucht, dann könnt ihr auch einfach direkt bei Save the Children spenden.